Hilft auch dabei, keinen Nullscore zu kriegen. Das ist ein Schatz, ne? Als ich noch jung und schlank war, war das ja mal mein Pony. Die hatte ja ein anderes. Gut, dass wir dann einen Fohlen gekriegt haben. Aber die hat ja echt was draus gemacht. Eine habe ich in Rente geschickt. Ich habe zwei Züter einen Sattel für die gekauft. Die ist 28. Jetzt haben wir das ausprobiert. Ich glaube, ich habe das ausprobiert. Ich habe das ausprobiert. Ich habe das ausprobiert. Aber die hat eine schwere Kohlekopperation. Ich habe das ausprobiert. Jetzt fallen die mehr da hoch raus. Dann hast du die mehr da hoch raus. Ja. So. Wie wollen denn? Äh. Ich weiß nicht. Wollen, war die heute von mir? Was? Ich bin nicht. Ich frage. Wie alt ist das hier? Ach komm, such. So, was wir jetzt nochmal machen, also es war besser wie eben, auch dein Rechtsgalopp gibt, also du musst halt wirklich den Fotos für dich machen.